Hallo und herzlich willkommen zu JELU. In letzter Zeit ist viel passiert. Deshalb wird es diese Woche leider kein größeres Video geben. Aber trotzdem haben wir drei lustige Fakten für euch zusammengesucht. Es ist zwar nicht so lang, aber trotzdem viel Spaß beim Video. Vielleicht habt ihr ja schon mal den Spruch gehört, wir beraten sie gerne auf Werbeschildern oder so. Auf jeden Fall stell dir vor, du gehst durch die Stadt und dort findest du so ein Schild. Und du überlegst, hmm, wir beraten sie gerne. Das Beraten könnten wir doch ändern. Wir streichen einfach das E weg und schon haben wir, wir beraten sie gerne. Lustiger Fakt, oder? Nummer 2. Habt ihr euch jemals gefragt, was Wasserhahn auf Englisch heißt? Fawcet ist die richtige Lösung. Aber manche kommen auch auf so eine Idee. Ihr kennt bestimmt Englisch, habt ihr vielleicht auch schon in der Schule. Aber was heißt überhaupt Wasserhahn auf Englisch? Ah, ich hab's waterchicken. Da Wasser ja water auf Englisch heißt. Und schon chicken. Also, einfach zusammengesetzt. Waterchicken. Nummer 3. Und wir bleiben im Englischen. Stellt euch vor, ihr werdet in Amerika und begegnet einem großen Menschen. Ihr sagt, you are so big. Also, du bist so groß. Aber groß heißt long auf Englisch und big heißt dick. Ups. Jetzt ist der Mensch natürlich böse. Dann sagst du sorry. Da ist halt wohl was schief gelaufen. Also, merkt ihr. Nicht big, sondern long. Hallo und nochmal willkommen zu Gelo. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und abonniert auch gerne unseren YouTube-Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Übrigens wollten wir euch noch etwas Kleines berichten. Wir haben nämlich vor kurzem in einem kleinen Werbevideo mitgemacht. Dort waren sie und ich, die Hauptperson. Er wird eine Woche vor Weihnachten veröffentlicht. Näheres dürfen wir leider noch nicht beraten. Aber seid schon mal gespannt. Okay. Dann tschüss. Und teilt dieses Video auch gerne mit all euren Freunden. Bye. Bye.